Allein. Hier nicht allein. Hier nicht allein. Hier nicht allein? Was bedeutet das? Was ist das denn hier eigentlich? Ich habe sogar einen Aufzug. Wir haben sogar einen Aufzug. Wie lustig ist das denn? Kannst du auch stehen bleiben. Die Waffe ist cool, man. Also für die Viecher. Oh nein, bitte nicht. Ist jetzt hier auch noch so eine? Bitte nicht. Natürlich. Ist hier doch so eine. Darf ich hier rein? La 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 la. Der erste ist Blatt. Ich glaube, da oben ist noch einer. Ja. Er legt seine Dinge auf. Äh, la 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 la. Er hat seine Hände auf. Ach, lang nicht gesehen. Wie? Wie die überhaupt aussehen? Die haben einen Stachel im Hirn. Ah, wie viele kommen denn da noch? Ich wüsste mal gerne, ob die, ähm... ...erfach unendlich Kass waren. Achso, ich habe ja die Waffe. Und dann nehme ich mal die hier. Äh, hier gibt's Leben. Und wie komme ich hier hoch? Stimmt, ich vergesse ja mal, dass ich einen etwas höheren... ...damit größeren Sprung habe. Hier, was war das denn? Wie komme ich jetzt da hoch? Ja, ich habe das gefunden. Oh, er versteckt sich. Was ein Schisser. Was ein Schisser. Wie komme ich da hoch? Ich komme jetzt auf den Aufzug. Warum benutze ich... ...den nicht einfach? War hier nicht noch irgendwo einer? Macht der, duscht der da? Was ist das überhaupt? Ach, er hat sich geheilt. So ein Sack aber auch. Der Aufzug geht dann auch höher. Aber hier ist auch gar nichts mehr. Deswegen, ich möchte eine Etage höher. Kann ich mir auch einfach hier drauf stellen? Weil das ist doch eigentlich egal, oder nicht? Ach, das ist ein Laufband. Ja, das ist ein Laufband. Aufzug kommen herunter, bitte. Bitte wieder hoch. Halte ich mich kurz nochmal. Und, äh, dann geht es eine Etage einfach höher. So, schade, ich sehe den Aufzug, wenn ich das nicht. Hm. Das hier ist, also ich weiß nicht, ob das explodieren könnte. Ich weiß es nicht. Ah, 100. Habe gar nicht mal geguckt. Ich denke mal, ich muss so oder so irgendwie, ähm, auf das Teil, weil, äh, das hält gar nicht so weit oben. Warte ich mal, bis die... Guck hier. Siehst du? Weißt du jetzt... Nein, nicht runterschubsen, du... Kleiner. Kleiner. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Weil, da geht es irgendwie hoch. Ich glaube, ich muss da hin. Würde ich behaupten. Äh, ich hänge fest. Ach, es geht sogar noch höher. So, wollte ich aber gar nicht. Ich gehe einfach mal hier lang. Oder, warte, 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 warte. Ich speicher hier. Sollte ich irgendwie sterben, dann sterbe ich halt. Ich bin ein Fast, ich bin ein Fast. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Deshalb. Aua. Dann fass du das. Also ich muss aufpassen, weil da kommt gleich das nächste Fass nach. Hallo. Hallo. Hey, nicht abhauen, ja? Ah, nein. Gut, er ist platt. War hier noch irgendwo einer? Da unten. Wo willst du denn noch hin? Kollege. Da guckt er sich die Wand an. So solltest du es nicht mit mir versuchen. Ich bin möglicherweise trotz dafür, dass ich eine Waffe brauche, und der nicht stärker als du. oder gesteckt bin. Der nicht verstecke mich, weil der auch nicht geschossen wird. Und der ist zu dir. Da bist du genau stehen. Ein sehr dummes A.D. Wie geht das denn? Oh, nein. Wo kommst du? Ich hab dir noch gesagt, versuchst du also gar nicht. Aber auf mich hört ja nie. Ich glaube, da springe ich nicht runter. Oh, oh. Ich hab mich aber noch gekriegt. Komm das jetzt her von da oben? Ich krieg da nicht. Diese Bolzennerven. Irgendwie so. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt. Äh, von hier. Ach, ich muss hier einfach mit den Dingern hoch einfach. Hoch. Tatatata. Eine Etage höher. Ich hab nicht mal ein Geländer hier. Nur da. Hier fährt man noch ganz schnell runter. Hier wird's auch hochgegangen. Toll. Lass du mir jetzt. Leider komme ich hier nicht zwischendurch. Dafür bin ich zu fett. Aber da ist ja auch noch was. Also versuche ich's einfach hier. Ah, wieder so einer. Aber gerne mache ich dich schlatt. Mit Freude. Hab ich leider alles schon. Bringt mir nichts mehr. Sag doch, was das hier steht. Das ist aber Leben. Also gehe ich einfach mal hier hin und sammeln das. Na, versuch's. Versuch's doch erst. Ich weiß gar nicht. Oh shit. Ja, das war's. Ich komme jetzt wieder auf die andere Seite, weil ich hab hier gespeichert. Ich glaube, ich speichere jetzt nochmal. Meist du gerne? Ich speichere gerne. Und dann, äh, kommt er sogar gleich zu mir, damit ich ihn einfach platt machen kann. Das finde ich gut. Sehr freundlich. Na? Da, 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 da. Er lebt noch. Jetzt bewegt er sich auch. Das ist blöd. Gut. Hinter jedem Fass könnte ein Alien stecken. Zum Beispiel hier dahinter. Oder da hinten. Ich glaube, er hat es aber überlebt noch. Oder? Aber hier steht auch noch einer. Na, ich guck's sogar. Jetzt nicht mehr. Ach, hab ich hier schon. Aber ich glaube, hier hinter stand auch einer, oder? Ich glaube, hier hinter steht auch einer. Oh. Jauna. Hopp. Nein, 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 nein lade ich mal kurz nach auf, wie auch immer, damit ich beim nächsten mal gleich darauf zugreifen kann. Ach du meinst hier, nochmal speichern, was sind in diesen Viechern jetzt? Fall doch einfach runter, genau das habe ich gefürchtet. Ach, ich wollte nachladen, ich lade nach, bitte jetzt nicht auf das Ding, natürlich doch, habe ich nur noch 22 Punkte, jetzt irgendwo wieder so ein flingender, schreiender irgendwas Typ. Ach, der hat zwei, einer reicht ja nicht. Der eine hat, äh, ist nicht stark im Kopf, ist einfach zu schwach. Gut, dass er da weiter so schön rumringt. Ich weiß, was ist denn nicht? Lebt der noch? Ja, lebt nur. Das ist in jedem so ein... Aufpassen, dass die nicht da drauf ballern. Da kann ich mich aber heilen. Das ist gut. Leider, ah ne, ich kann so rein. Aber bitte nicht kaputt gehen jetzt. Das fände ich nicht sehr nett. Das Aufladen dauert leider immer ein bisschen. Es dauert ein wenig. Kann ich mich mal strecken hier? Sehr gut. Na, komm, 90. Nicht mehr viel fehlt, ne? Und ready. Was ist denn das hier eigentlich? Komme ich da rein? Tatsächlich. Gut, keine Ahnung, was es ist, aber ich gehe hindurch. So, vorsichtig herunter. Ich möchte nicht direkt sterben wieder. Oder mir Lebenspunkte abziehen lassen, da ich mich doch gerade erst geheilt habe. Exel oder rechts? Oder ist egal. Ich glaube, ist egal. Und ich ahne nichts Gutes. Da ist einer, da ist einer. Und da ist so ein fliegendes irgendwas. Ich stecke mich einfach mal hier hinter. Muss er denn jetzt? Also. Oh, gleich zwei von denen. Tja, das mit dem Heilen war es dann wohl. Ist der tot? Also einer ist blatt. Wo ist der andere? Was sind inzwischen schon... Ah, also es sind jetzt noch zwei. Öffentlich. Okay, er ist auch blatt. Er will auch irgendwas. Und... Wie, lad ich kurz nach? Oh. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Auch wenn ich glaubst, was ich dich nicht gesehen habe. Und hier ist dann noch einer auf dem Ding. Aber das bewegt sich zu schnell auf und ab. Schade. Schade. Komm ich gerade her? Wahrscheinlich irgendwie so Lüftungsdinge oder so. Da läuft doch einer. Aber ich weiß nicht, ob er zu mir will. Hier ist auch noch einer. Der wollte ganz sicher zu mir. Das lass ich lieber. Ah, heilen. Heilen ist immer gut. Dauert nur. Ein Weilchen. Heilen dauert ein Weilchen. Ja. Das ist... Eine andere Welt. Ich falle runter. Hier ist der Aufzug. Der sich dreht. Äh. Hilfe. Da bin ich ja schlecht bei. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo alle sind. Aber ich bin hier. Oh nein. Ich hab mich gerade erst geheilt. Ich glaub, danach muss ich mich nochmal heilen. Äh. Ne. Das gibt's doch fast gar nicht. Boah, ich mag diese vier Kriege noch nicht mehr überhaupt nicht. Also heilen muss ich nicht unbedingt danach. Es dauert dann zwar wieder ein bisschen, aber... Was muss? Das muss. So ist das leider. Okay, er schießt auf den Kanister da. Gut, bei Sekten, oder? Nein, nicht treffen lassen. Bitte nicht. Los nicht. Bitte nicht treffen lassen. Ist du auch irgendwann tot, oder so? Bist du auch irgendwann tot? Noch das hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Speicher einfach. Komm, egal. Ich kann mich ja heilen. Jetzt ist hier... Jetzt ist hier wurscht. Habe ich jetzt alle? Weil dann würde ich wirklich kurz... ...mich heilen. Oder kann man das auch auf dieser Etage? Ich glaube nicht. Was ist das hier? Ich gehe einfach... Komm, ich gehe einfach kurz runter. Beziehungsweise ich fahre mit diesem... ...Drehrad nach unten. Und dann... ...gucke ich mal, was das da für ein Loch ist. Komm, schnell. Das ist nämlich... Wo war denn das nochmal? War das hier hinten? Ja, schon. Gut, das dauert jetzt ein Weilchen, weil ich muss fast komplett wieder voll... ...mich heilen. Mich heilen. Ich habe leider nichts zu trinken hier. Schade. Schade.